Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeldTV. Wir befinden uns heute in Paris, im Pavillon Dauphine, zu einem ganz besonderen Ereignis. Und ich begrüße erst einmal ganz herzlich Herrn Maik Bradatsch, er ist Repräsentanzanleiter bei Tekis. Guten Tag, Herr Bradatsch. Schönen guten Tag, Frau Hegewald. Herr Bradatsch, heute ist richtig was los hier, ein besonderes Ereignis. Sie sind eingeladen worden. Warum haben Sie sich letztendlich für Clartan Associee entschieden? Was steckt bei Ihnen persönlich dahinter? Es geht ja um mehrere Punkte. Wir haben viel mit großen Einmalanlagen zu tun. Es geht hier um den persönlichen Kontakt zum Fondsmanagement. Und wir als Unternehmen stehen halt für Transparenz und für nachhaltiges Investment. Das heißt, wir haben uns da ganz klar für Clartan entschieden, weil die Transparenz im Unternehmen, aber auch, dass das Investment der Fondsmanager direkt in den eigenen Fonds ist für uns der ausschlaggebende Punkt gewesen, mit Clartan zusammenzuarbeiten. Und was gefällt Ihnen ganz besonders bei Clartan? Der direkte Kontakt mit dem Fondsmanagement und natürlich einfach die Selbstanlage der Fondsmanager in ihr eigenes Portfolio. Es gibt Vertrauen, richtig? Absolut, das Vertrauen ist das Wichtigste. Vielen Dank, Herr Bradatsch. Vielen Dank, Frau Hegewald und einen schönen Tag Ihnen. Vielen Dank.